Du willst mehr Lebensfreude, mehr Erfolg, dich glücklicher fühlen, doch dem stehen Dinge im Wege, Dinge, die dich blockieren? In diesem Video zeige ich dir, wie du mehr Lebensfreude gewinnst, zeige dir, wie du deine Blockaden löst, die dich bisher daran hindern, glücklich und erfolgreich zu werden. Ich bin Michael, Michael Mösslang und ich bin langjähriger Coach für Selbstsicherheit. Ich unterstütze dich, deine Blockaden zu lösen. Das Einzige, was du dazu brauchst, ist ein bisschen Zeit und Willen, dich mit diesen Blockaden auseinanderzusetzen. Vielleicht kennst du es ja, dass es da etwas gibt, was dich zurückhält, hemmt, blockiert. Eine innere Stimme, die dir einredet, du seist nicht gut genug. Vielleicht steckst du ja gerade in einer Krise, steckst fest und möchtest dringend raus aus dieser Situation. Vielleicht erlebst du auch so eine Art innerer Zerrissenheit, bei der etwas von dir was tun will und dich gleichzeitig etwas anderes zurückhält. Motivation und Bremse, Wille und Blockade, Mut und Hemmungen, alles gleichzeitig. Vielleicht erlebst du ein Gefühl der Leere, Routine, Hamsterrad funktionieren, aber eben nicht leben. Zu wenig Erfolg, Glück und Lebensfreude. Du hast das Gefühl, dass dein Leben dir nicht die Erfüllung bringt, die du dir wünschst. Du weißt, dass da mehr drin ist, aber du weißt nicht, wie du es schaffst, da endlich hinzukommen. Vielleicht denkst du ja auch, du hast nie Glück, dir steht es nicht zu, du bist es nicht wert. Andere, ja denen fällt es scheinbar leicht, die sind erfolgreich, glücklich und haben Spaß. Doch du, Probleme, nichts als Probleme. Du fühlst dich unter ständigem Druck, leer und ungeliebt. Dabei wünschst du dir doch nichts mehr als Erfüllung und Lebensfreude. Und vermutlich weißt du ganz genau, was das Problem ist, das dich davon abhält, das zu tun, was dich dorthin bringt. Doch du schaffst es nicht, ins Tun zu kommen, die richtigen Schritte zu machen, deine Blockaden zu überwinden. Schau dir bitte jetzt diesen Video zu Ende an, dann verrate ich dir, wie du deine Blockaden ein für alle Mal lösen kannst. Tu es jetzt, denn ich weiß nicht, wie lange ich diesen Video online stehen lassen werde. Dein Leben fühlt sich vielleicht gerade jetzt etwas unangenehm an. Davon gehe ich aus, weil du dir gerade jetzt die Zeit nimmst, diesen Video anzuschauen. Du bist traurig, wütend oder frustriert oder sogar alles zusammen. Und so kann und darf es nicht weitergehen. Vielleicht ist dir sogar zum Kotzen oder zum Heulen, wenn du jetzt daran denkst. Du hast was Besseres verdient. Doch du weißt noch nicht, wie du es endlich erreichen kannst. Doch du hast wirklich was Besseres verdient, als das, was du jetzt gerade durchmachst. Vielleicht ist es deine Situation, die gerade erst unangenehm geworden ist. Vielleicht leidest du aber auch schon sehr, sehr lange und hast fast schon aufgegeben. Weißt nicht mehr ein und aus, weißt nicht, ob du jemals wieder aus diesem Loch rauskommst. Denn so fühlt es sich an. Hoffnungslos. Dabei ist es vollkommen egal, ob jemand anderes sagen würde, ob das ein kleines oder großes Problem ist. Für dich ist es ein Problem. Ein Problem, das dir Lebensqualität raubt. Das dich blockiert und unzufrieden macht. Das ist das Einzige, was zählt. Dein Leben fühlt sich gerade jetzt hoffnungslos an. Doch dafür gibt es keinen Grund. Die Hoffnung solltest du nie aufgeben. Niemals die Hoffnung. Eines ist ganz, ganz wichtig. Dir muss klar sein, von alleine wird es nicht besser. Du und du alleine musst was tun. Du musst dein Schicksal, deine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Naja, nicht ganz alleine, denn ich unterstütze dich gerne dabei, von ganzem Herzen. Und das, was ich dir hier an die Hand gebe, das kostet dich auch nichts. Außer deine eigene Zeit und Mühe natürlich. Zeit und Mühe, die dich aus dem Loch herausbringen wird, wenn du Schritt für Schritt mit mir den Weg gehen und deine Blockade lösen wirst. Du bist nicht alleine, denn ich kenne das selbst. Und von vielen, vielen Teilnehmern es ganz genauso geht. Eines Tages wirst du lachen und der Tag wird bald kommen, an dem du lachst. Lachst darüber, was deine Probleme einmal waren. Deine Probleme von heute, die dann deine Probleme von damals sind. Du hast deine Blockaden überwunden. Du hast überwunden, was dich zurückhält, weil du erkannt hast, was deine Blockaden sind und wie du sie annehmen und überwinden kannst. Du hast deine Krise überwunden, deinen Selbstwert wiedergefunden, weil du den Weg gehst, der dich herausführt. Du bist ausgeglichen und erfüllt. Du fühlst dich stark und erfolgreich. Du weißt, warum es sich lohnt zu leben. Denn du hast die Erfüllung gefunden, die du dir so sehr herbeisehnst. Dein Leben besteht nicht mehr aus Bremsen, Hemmungen und Blockaden, sondern aus Wille, Motivation und Mut. Und vor allem, du weißt, wie du es anstellen kannst, wie du ins Tun kommst. Du lebst so, wie du es dir wünschst. Du kannst mit Tiefschlägen und Rückschlägen umgehen, weil du erkennst, am Ende des Tunnels kommt immer wieder das Licht. Und das Licht bedeutet für dich Erfolg, Glück sowie Spaß und Freude. Es bedeutet Erfüllung und Lebensfreude. Du erlebst, dass du dasselbe Glück haben kannst wie andere auch. Denn das Glück liegt in dir. Es steht dir zu. Du hast es verdient. Voll Selbstwert und Selbstliebe gehst du wieder mit erhobenen Kopf durch die Welt und genießt das Leben. Dein Leben. Du hast es in der Hand. Du und nur du kannst deine Blockaden überwinden. Und ich zeige dir, wie. Ich stehe an deiner Seite. Und wenn du dieses Lachen schon bald erleben willst, dann kannst du das in ein paar einfachen Schritten machen. Dann pack es jetzt an. Mach was aus deiner Situation. Überwinde die Blockaden. Die Dinge, die dich noch von Freude, Erfolg, Glück, Lebensfreude und Erfüllung trennen. Alles, was du brauchst, ist der Blockade-Löser. Das ist ein Tool, das ich entwickelt habe, mit dem du Schritt für Schritt deine Blockade löst. Die Blockade, die dich noch von deinem Glück abhält. Der Blockade-Löser ist so simpel und leicht anzuwenden, dass du schon schnell die ersten Erfolge merkst. Ich habe ihn selbst angewendet und so jede Blockade lösen können. Und als Coach und Trainer konnte ich ihn schon viele Male erfolgreich einsetzen, um Teilnehmern bei kleinen und auch ganz, ganz hartnäckigen Blockaden zu helfen. Und nun hast du die Möglichkeit, ihn dir kostenlos herunterzuladen. Der Blockade-Löser besteht aus fünf Schritten. Im ersten Schritt geht es darum, herauszufinden, was dein Problem ist. Das Problem, das dich am stärksten daran hindert, das Leben zu führen, das du führen willst. Das Problem, das dich bisher daran hindert, erfolgreich und glücklich zu sein. Im zweiten Schritt finden wir die wahren Bremsklötze heraus. Du erkennst die Schritte, die du gehen musst und das, was dich bremst, sie auch wirklich zu gehen. Im dritten Schritt führe ich dich durch den eigentlichen Coaching-Vorgang, indem wir deine Blockade in einem mentalen Prozess auflösen. Im vierten Schritt findest du deine größten Erkenntnisse aus dem Prozess heraus, die du dann auch in Zukunft bei Rückschlägen, bei neuen Blockaden und bei Angriffen nutzen und einsetzen kannst, jederzeit. Und schließlich legst du im fünften Schritt deine To-Dos fest. Verhalten, Routinen und Gewohnheiten, die du verbessern oder auch vermeiden wirst. Du legst fest, wie du das sicherstellen und am Ende übrigens auch feiern wirst. Ich garantiere dir, der Blockade-Löser ist vollkommen kostenlos. Du gehst keinerlei Risiko ein. Warum ich das tue? Meine Vision ist es, 100.000 Menschen zu helfen, selbstsicher und glücklicher zu werden. Du kannst einer dieser Menschen sein, wenn du willst. Und so geht es. Melde dich gleich hier mit deiner E-Mail-Adresse an. Ich schicke dir dann sofort in wenigen Minuten den Blockade-Löser, inklusive einem exklusiven Video dazu von mir, in dem ich dich Schritt für Schritt durch den Prozess leite. So kannst du schon in kurzer Zeit deine Blockade lösen und den Weg freimachen zu deinem Glück. Wenn du nicht glücklich und erfolgreich bist, liegt es meistens nicht daran, dass du nicht weißt, wie es geht. Es liegt daran, dass du den Weg nicht gehst. Du gehst ihn nicht aufgrund einer Blockade. Und genau diese Blockade werden wir gemeinsam finden und auflösen. Ganz einfach mit dem Blockade-Löser. Du kannst nur gewinnen. Wenn du nicht jetzt deine Blockade löst, wann willst du es bitte dann machen? Wirst du es weiter vor dir herschieben? Ich weiß ja nicht, wie lange du es schon versuchst, ein besseres Leben zu führen. Wie lange dich deine Blockade schon quält. Du weißt das ganz genau. Aber willst du es so weitermachen? Es weiter vor dir herschieben? Leiden? Opfer sein? Was wird passieren, wenn du es noch einen weiteren Monat vor dir herschiebst? Ein Jahr? Drei? Fünf? Zehn Jahre? Was wirst du fühlen? Was denken? Ich sage es dir, du wirst dich dann ärgern, sehr ärgern. Denn du weißt dann, du hättest die Chance gehabt, etwas zu ändern. Okay, vielleicht hast du dann irgendwann und irgendwann auch wieder irgendeine Chance. Doch bis dahin hast du jede Menge Zeit verloren. Wertvolle Lebenszeit, deine Lebenszeit. Du hast nur ein Leben. Wie willst du dieses eine Leben wirklich leben? Ich meine, wirklich, wirklich. Es ist dein Leben. Weißt du, am Ende des Lebens bereuen Menschen nicht, was sie getan haben. Was sie wirklich bereuen, ist das, was sie nicht getan haben. Das, was sie verpasst haben. Chancen, die sie vertan haben. Momente, in denen sie nicht den Mut gehabt haben, diesen einen kleinen, aber eben wichtigen Schritt zu gehen. Es ist nur ein kleiner Schritt. Doch niemand außer dir kann ihn für dich gehen. Ich kann dir die Hand reichen. Ergreifen musst sie du. Ich weiß nicht, wie lange dieser Video noch online stehen wird. Oder ob der Blockadelöser nicht sogar kostenpflichtig wird. Deshalb warte nicht und sichere dir jetzt den Blockadelöser. Jetzt und heute. Für 0 Euro. Für lau. Wirklich. Kostenlos. Garantiert. Ja. Wenn du jetzt anfängst, wirst du dich schon in kurzer Zeit selbstsicherer, glücklicher und erfüllter fühlen. Wenn du heute noch die Zeit hast, den Blockadelöser komplett durchzuarbeiten, dann bist du schon heute Abend einen großen Schritt weiter. Vielleicht sogar schon am Ziel. Wenn du heute nicht mehr die Zeit hast, sichere ihn dir trotzdem heute. Du kannst ihn dann in den nächsten Tagen in Ruhe anwenden. Ich lasse ihn für dich noch gerne ein paar Tage online. Melde dich gleich hier mit deiner E-Mail-Adresse an, bevor es zu spät ist. Ich schicke dir dann sofort in wenigen Minuten den Blockadelöser inklusive dem exklusiven Video dazu von mir, in dem ich dich Schritt für Schritt durch den Prozess leite. Also greife jetzt zu und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Auf der Seite, auf der du deine Blockade endlich lösen wirst. Mit dem Blockadelöser. Schnell und sicher. Aber jetzt, bevor es zu spät ist. Dein Michael Ganz separiert. Soviel regulatorser. Bis zum nächsten Mal.